Hallöchen, der erste Vlog nach meinem Urlaub. Ich bin übrigens auch auf Instagram und lade immer mal ein paar Sachen hoch. Los geht's! Ich hab mir den Leo erstmal geholt mit meinem Fahrrad zusammen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht hab. Dann hab ich ihn gleich mal fix entspannt geputzt. Übrigens, Leo ist gar nicht so dick, weil das viele in den Kommentaren geschrieben hatten. Deine Rippen sind nur sehr weit auseinander gefächert. Man kann sie aber mit leichtem Druck auf den Rippenbereich gut spüren. Eigentlich wollte ich mit Leo was in der Halle machen, jedoch war er sehr schnell ziemlich gestresst. Deshalb hab ich mich dann doch umentschieden. Bin mit ihm einfach nur eine Runde spazieren gegangen. Gesundheit auf jeden Fall. Und dann standen wir kurze Zeit mal dort rum. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und dann haben wir uns auch irgendwann auf den Rückweg gemacht. Und der Rückweg zu seiner Koppel ist extrem lang. So, ihr seht, wie er hier gelaufen ist. Wie wir hier immer noch laufen. Äh, das sollte niemand sehen. Und dann waren wir tatsächlich irgendwann mal an der Koppel angekommen. Zum Abschied hat er mich einfach so angeguckt. Oh, was soll ich tun?